Wie geht es um die Zukunft der jungen Menschen? Bei der Wahl geht es um die Zukunft und bei der Zukunft geht es um die Zukunft der jungen Menschen. Und jeder sollte die Chance nutzen, seine eigene Zukunft mitzugestalten. Das Argument, auf meine Stimme kommt es nicht an, greift nicht. Dazu sind die Mehrheiten in Deutschland viel zu knapp. Es kommt auf jede Stimme an. Und des Weiteren will ich darauf hinweisen, jeder der nicht zur Wahl geht, stärkt diejenigen, die rechtsaußen oder linksaußen sind. Und die eigentlich dafür werben, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Deshalb sollte man Demokratie stark machen, seine eigene Zukunft stark machen und von seinem Wahlrecht erlauben.